Hallo YouTube! Willkommen zurück! Wir spielen heute Dark Souls weiter. Ich muss wieder in ein Spiel reintappen. Ich bin dumm. So. Ähm... Und werden gucken, wie weit wir heute kommen. I don't know. Ja, dankeschön. Gehst du aber gleich wieder? Wird sich ernst, wirst du gleich wieder verschwinden. Hallo Mario! Willkommen! Ein Sterben Part 3. Immer noch. Äh... Ich hab keine Ahnung, wie hin muss, ehrlich gesagt. Ich vermute irgendwo da hinten hin. Wie geht's dir? Nach Arkmyra geht's mittlerweile wieder. Ach so. Okay. Was machst du denn, wenn man so neugierig sein darf? Hm. Oh. 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 Okay. Wieso... hab ich... ...s zweite Ding drin? Oh so. Ja, macht nix. Es ist aber lieb, dass du zumindest reinguckst. Hallo Noah! Willkommen beim Ster... Apropos beim Sterben Part 2. Ich sollte vielleicht auch mal einen Ring endlich anlegen. Ich hab doch jetzt so welche gefunden. Blutresistenz, Zauberwirkzeit, Körbliche Angriffe... Okay, dann nehmen wir einmal das. Wir können gar nicht schon viele tragen. Dann nehmen wir das. Uh, nehmen wir alle... Alle, I guess. Kriegt das irgendwas? Ich mein, ich benutze ihn ja eh nie. Der kostet mich einfach nur Gewicht. Na gut. Ach so. Ja, dann mach das. Viel Spaß mit deinem Kumpel beim Suchen. Lirken ist ja auch schon ganz nett von dir. So ist es nicht. Ich hab immer noch keine Ahnung, wo lang ich muss. Was ist da hinten? Der lässt du mal weiter. Niemann, ich? Soll die Waffen auch wieder in die Hand nehmen? Das würde helfen. Hab ich gehört. Kann ich hier weiter? Ich kann hier weiter. Oh, du bist ja gar kein Item. Nein. Nein. Ich brauche dich. Geht doch. Ja, ich würde lügen. Ich sagen würde, es würde mir gut gehen, weil ich habe mir heute ganz böse in den Schrank gegen meine Knöchel gehauen. Auch noch gegen mein kaputtes Bein. Dementsprechend habe ich heute ziemlich harte Schmerzen. Und ich fühle es auch schon den ganzen Tag und habe vorhin schon was eingenommen und jetzt versuche ich mich abzulenken. Daher es könnte so gut sein, dass ich nicht ganz so fett bin, weil ich schon ein bisschen was intus habe. Das tut mir dann sehr leid, aber das ist dann halt so. Au. Wer von euch hat hier gecastet? Du hast gecastet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Oh mein Gott. Dann halt nicht. Ja, danke nur. Und wie geht's dir? Äh, Quinn? Kannst du zumindest immer, wenn ich sage, ein Sterbi, ein Sterbi hinzufügen? Kriegst du das noch hin? Ich werde es ja merken, wenn nicht. Dann muss ich mir halt aufschreiben. Weil Mika ist nicht da. So. Mann. Das ist gerade so lustig gewesen. So. Das war. So. Oh mein Gott, ich sagte schon, dann fick dich. Äh, ja. Okay. Ach, hier ist ein Boss. Ja gut. Hey. Das hab ich irgendwie nicht erwartet. Dass ich den Boss finde, das verwirrt mich gerade eher. Also nicht, dass ich was dagegen hätte, aber... Was hast du vor? Ja. Okay. Was wird das? Frau? Die ich nicht mehr sehe? Ach, da hinten. Chill. Au. Au. Stop it. Warum ist hier so random ein Boss? Das Ding sah nicht mal wie im Bossraum aus. Das verwirrt mich. Und wozu hell ist der Boss hin? Und da ist er hin. Fäg dich. Okay. Okay. Wozu hell bist du schon hier da hinten? Toll. Jetzt nicht mehr. Ursatig. Warum wird die Musik plötzlich so ernst? Oh, deswegen. Ja gut. Warum? Oh, sie muss sich plötzlich so ernst. Oh, fucking hell. Okay, 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 okay. Ich bin hier festgehangen. Mami. Stop it. Hau. Okay. Chill. Chill deine... Keine Ahnung. Okay. Mika. Hallo. Willkommen beim... Ich habe random einen Boss gefunden an einem Ort, wo ich nicht erwartet hätte, dass wir ein Boss und sterben. Du darfst mir jetzt zwei Tode hinzufügen, wenn du so lieb bist. Also natürlich bist du so lieb. Bitte jetzt noch einer, weil Quinn ist schon AFK und der hat noch einen verpasst. Das wäre ganz liebensgewürzig. Vielen Dank. Dann nochmal. Ich hätte da oben ein Item gesehen. Toll. Ich bin einfach komplett in die Ding reingerollt. Habe ich gut gemacht. Perfekt. Au. Ich will doch nur das Item haben. Okay. Ich möchte immer noch das Item da haben. Ich weiß nur nicht, wie ich da rüberkomme. Ach, von hier geht das. Okay. Ja, 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 alles gut. Was gibt's denn bei dir, Leckerich? Ihr könnt mich mal. Ich will zum Boss. Los. Oh, mein Gott. Okay. Los. Lächter. Fäck dich. Fäck dich. Chill. Fäck dich. Chill. Du Scheiße. Mein Ernst. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Stop it. Okay. Ich habe keine Panik. Ich habe Panik. Ich habe keine Panik. Ich habe keine Panik. Ich habe keine Panik. Fucking hell. Fucking hell. Fucking hell. Okay. Hallo, Trago. Willkommen. Sterben Part 3. Wie geht's hier? Versuchst du dich an normalen Curry oder japanischen Curry? Ich meine, es gibt ja so viele Arten von Curry. Nun gut. Das war knapp daneben. Ich hätte den anderen Doppelgänger noch machen sollen. Dann möchte ich natürlich deine Ergebnisse sehen und hören. Beides. Ich erwarte Berichte. Aua. Bye. Dummer Kackboss. Bist du so? Bye. Bewegt die dieser Kackstern mit. Jetzt geht es. Also geht es. Das istTsze. Bist du so? Aber sie sind so ohneซает. Bist du so? Auch ein Ding in deretonste Seite. Bist du so? 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 Okay. Chill, hab ich gesagt. Ich weiß, chill ist nicht so deins, aber du könntest es zumindest versuchen. Mann! Kackpotze. Okay, ja. Drei. Fick dich. Ernsthaft. Chill. Ernsthaft. Du hast irgendwelche Probleme. Es kostet mich alles viel zu viel Leben. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ich drehe nicht durch. Oh mein Gott, stop it. Please. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse dich. Blöde Kuh. Hallo Alice. Willkommen. Sterben Bar 3. Geht doch. Das war doch gar nicht so schwer. Ja. Ja. Heute nicht so besonders. Sagen wir es so. Ich habe ein bisschen Mist gebaut. Wir gehen jetzt kurz skillen und dann gehen wir weiter. I guess. Ich mache jetzt aktuell die Stärke hoch, weil ich jetzt mal extra noch die Sense gefarmt habe. Dass ich die ja ausprobieren will. Soll. Beides. Deswegen brauche ich jetzt noch Stärke auf. Sechzehn. Ich glaube sechzehn. Ja. Bye. I love you. Seit wann flirrtet eigentlich Alice und Mikael mal miteinander? Habe ich irgendwas verpasst? Ach, gestern schon. Mit meinen Weifu einfach als Weifu angesprochen. Frechheit. Was gehe ich hier lang? Gehe ich da hinten lang? Ich habe keine Ahnung. Da. Da ist was. Da ist auch noch was. I need it. Meins. Alles meins. Also ich muss keine Löcher graben, Trago. Das wäre mir auch viel zu anstrengend. Mach das. Muss ich da lang? Komm ich von hier? Sieht nie so aus. Nee, sieht nie so aus. Oh Gott. Ich muss mich erst umgucken. Ich bin verwirrt. Bin ich zwar immer, aber ihr wisst schon. Ich bin... mehr fehlt als sonst. Glaube ich. Denke ich. Okay. Wenn der da langläuft. Ihr kennt mich mal. Du könnt mich auch mal. Bye. 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 Ciao. Schönes Untoten-Dasein noch. Muss ich hier lang? Muss ich hier nicht lang? War ich hier schon mal? Ein Feuerbahn. Dingsbums. Beides. Alles. Wow, Alice. Wow. Liegt hier noch was? Sieht nicht so aus. Okay. Dann nicht. Chill. Was habe ich dir getan? Was ist dein Problem? Was ist euer Problem? Aua. Okay, was ist euer Problem? Was zur Hölle habe ich euch getan? Au. 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 Ich hätte nicht looten sollen. Ich war gerade gierig. I'm sorry. Okay. Okay. Au. Könnten sie aufhören. Au. Au! Au! Samal! Ist gut jetzt. Könnten sie bitte sterben? Ich werde ungeduldig. Dankeschön. Wir haben die gleiche Richtung an. Schatz voraus. Okay. Wenn du das sagst. Wie denn? Meins. Oh Alice. Oh Gott. Zeit für Absprung. Tolle Aussicht. Das sieht nicht aus, als würde ich da runter springen wollen. Nein, tut's nicht. Bye. Hi. Von wegen Schatz. Wackelt kein Schatz. Spiel hat mich angelogen. Oh. Item. Meins. Oh, Alice. Ich wusste, du wirst darauf stehen. Ich will doch immer, was du am meisten magst. Weißt du doch. Mann. Was denkt ihr eigentlich? Oh, Hunde. Ich hasse Hundegegner. Ich hasse Hundegegner. Ich hasse Hundegegner so sehr. Ich hasse Hundegegner. Gott. Was? Ihr könnt mich mal. Allesamt. Damit mag ich nicht lieb haben. How the fuck, konnte ich dich verfehlen. Ich wollte nur gelooten. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich hab Nein gesagt. Oh mein Gott. Was ist falsch mit euch? Werdet euch zu viel gehauen. Fick dich. Könnten sie bitte das sein lassen. Und sie auch. Vielen Dank. Meine Güte. Darf man sich nicht mal in Ruhe hier umgucken? Oh, ich kann nicht mehr reden. Umgucken. Oh nein, noch ein Hund. Okay. 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 Drei. Ich steh nicht so auf Feuer. Kathedrale des Abgrunds. Schön. Okay. Dann tritt ich dich halt einfach. Hey Zero. Willkommen. Sterben Part 3. Na gut. Ist hier was? Hallo Laura Lampe. Willkommen. Lager Feuer. Anfassen. Redest du? Ich glaub er redet. Ähm. 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 Ja. Es geht. Und bei dir? Wie geht's dir so? Würden sie aufhören so zu stillen? Das ist meine Aufgabe. Aber. Okay. Darf ich? Dankeschön. Mehr wollte ich nicht. Sie dürfen gleich mit mir reden. Und zwar jetzt. Ja. Welche Frau? Auch die Frau. Und wie geht's dir, Zero? Alles gut bei dir? Alles gut bei dir? Musst ihr mir jetzt das Ohr so zu stillen? Ich hab mir heute leider weh getan, deswegen nicht ganz so doll. Aber ich versuch mich grad ein bisschen abzulenken. Ich kündige nicht ganze Zeit meinen Knöchel. Ich hab ihn mir voller Kanäle angeknallt. An meinem kaputten Bein, muss ich dazu sagen. Ah, okay. Dann kann ich also erstmal hier nicht weiter, ja? Ich lasse ihn dann bitte ausreden. Dann werden wir den da erst annehmen, wenn wir zum DLC wollen, richtig? Oder, Alice? Also, den NPC da erst annehmen, wenn man zum DLC will. Ach, ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte das Ding da lesen. Wahrscheinlich das sogar da markiert. Gut, wird benötigt. Hinterhalt voraus. Na gut. Nee, ist ja logisch, dass ich die CSS mache, kurz bevor wir beim Endpass sind. Habe ich ja jetzt bisher mit jedem Teil so gemacht. Jetzt ist es ja noch viel zu früh. Ich bin ja nicht bescheuert. Auch wenn du ab und zu mich behandelst, als wäre ich bescheuert. Ja, gell? Outfit ist ganz cool. Ach so. Das habe ich auch schon besser gemacht. Smacks. Das hört sich eher an wie ein Spieler, also ein NPC. Woran erkenne ich eigentlich, wann es ein Spieler ist und wann es ein NPC ist? Wie erkennt man das? Einfach an den Namen? Oder? Au. Fuck. Dach. Smacks. Ja. Okay. Ich glaube, das ist ein Spieler. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber mein Gefühl sagt es mir. Aber trotzdem, ist mal ernsthaft. Woran erkennt man das eigentlich? Ist das einfach nur ein Name erkennbar? Oder woran? Okay. Woran man erkennt, wann man ein NPC vorstellt, sich hat von den Invasionen und wann mal ein Spieler vorstellt? Ob das einfach nur ein Name erkennbar ist oder woran? Da gibt es doch bestimmt Unterschiede, oder nicht? Ja, ja. Habe ich auch so vor. Habe ich so vor. Ich werde die wieder erst machen, wenn wir nur den Endboss haben. Ich hoffe einfach mal, dass ihr mich rechtzeitig warnt, aber bis dahin dauert es ja eh. Meistens am Namen. Okay. Also wird das Max wahrscheinlich eher ein Spieler gewesen sein, oder? Bei welcher NPC heißt denn das Max? Und habe mich einfach mit einer Parierattacke entgegen. Ich muss nochmal herausfinden, wie die Pariertaste gewesen ist. Ich erinnere mich nicht mehr. Okay, ihr steht unendlich auf. Ich habe es verstanden. Wie viele noch? Ich habe nichts Besseres zu tun, scheinbar. Oh, ihr leckt mich am Arsch. Bye. Jo, bye. Au. Okay, doch nicht. Okay, okay, okay. Fuck. Ich hecke fest. Lass mich durch. Nein. Bitte. Ich, ich lese gleich. Irgendwann ist ja gar nicht. Moment. Oh mein Gott, wie viele kommen hier. Chillt mal. Ich will hier nur durch. Ich will doch gar nichts Besonderes von euch. Blutverlust. Toll. Äh. Äh. Du siehst besonders eklig aus. Äh. Okay. Ich gehe mal da weiter. Wieso? Was ist denn mit dem Blut, Tricky? Erklär es mir. Okay. Nein. Nein. Böse. Aus. Ach so. Ich, ich warte gleich. Ich, ich warte, wenn ich mich umgeguckt habe. Oder gestorben bin. Oder bei das. Au. Okay. Okay. Jetzt. Alles gut, Quinn. Alles gut. Aber trotzdem würde es mich interessieren, wie man auf sowas kommen soll. Aber du kannst jetzt mal einen Tod hinzufügen, wenn du jetzt kurz schon anwesend bist. Junger Mann. Fuck. Voll zu nah. Dankeschön. Dankeschön. Aber kann mir trotzdem jemand nochmal sagen, welche fucking Tassen du kariert hast? Weil ich, ich erinnere mich einfach nicht. Die war es nicht. Die da ist es auch nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Tja. Tja. Wer braucht schon parieren? Ich scheinbar nicht. L2. Aber wahrscheinlich dann nur mit Schilden, richtig? Nur mit bestimmten Schilden? Hm? Nicht mit allen Schilden? Hm. Ich gehe jetzt durch. Die spawnen ja eh gefühlt unendlich. Hm. Okay. Okay. Wusste ich nicht. Danke für diese Information. Das sind so Informationen, die ich immer ganz gerne kriege. Gehe ich erstmal eine Punkte holen? Ich gehe erstmal eine Punkte holen. Oh. Und da... Versterben. Lauf einfach weiter. Es wäre nichts. Bye. Gott. Gott. Okay. Brauche ich nicht. Trick 1 funktioniert irgendwie immer. Durchrennen. Ach, Menno. Warum nicht? Gehe ich hier lang? Dankeschön. Warum Kopf einschalten? Ist doch nicht normal, dass nicht jede Waffe zum Parieren geht. Wenn es ein anderer Teil zum Beispiel nicht so war, in Daxus 2 kannst du mir die Scheiße parieren. Ah. Ja, okay. Chill. Okay, chill. Ich möchte leben. Ich bin noch nicht so weit. Dankeschön. Mama Mia. Peperoni. Und Zucchini dazu. Meins. Das mache ich doch schon die ganze Zeit. Boah, Alice. Du bist ab und zu echt furchtbar. Wirklich. Übertreib halt. Weißt du, wem wir wirklich durchgeguided haben? You. You haben wir durchgeguided. Bei ihr darfst du gerne so aus behaupten. Denn ihr haben mir quasi tatsächlich den ganzen Weg vorgeschrieben. Das war durchgeguided. Dagegen ist es bei mir nichts. Wirklich. Er ist beides. Sieg du. Beides. Tja. Will ich schon da runter oder will ich noch die Items oben holen? Ich weiß es nicht. Ich bin so unentschlossen. Ich mag es nicht, wenn mir so viele Wege gibt. Okay. Deswegen liegt hier also so viel rum. Mama Mia. Aber, aber Items. I need them. Brauche sie alle. Renn. Okay. Renn. Okay. Ähm. Besteck dich. Okay, der geht nur nach unten hin. Schön. Danke. Ich bewege mich nicht. Ich kriege schon innere Panikattacken. Sonst ist das gut. Das war ein Knochensplitter. Die brauche ich. Richtig? Für, 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 für erhöhen. Richtig? Richtig? Habe ich mir das richtig gemerkt? Wann ist die Knochensplitter? Ich weiß es nicht mehr. Oh ja. Okay. Okay Alice. Du hast gewonnen. Das war auf irgendeine Serie der Art und Weise cute. Deswegen. Du. 1 zu 0 für dich. Das, das, das muss ich dir jetzt lassen. So. Ist das eine Abkürzung? Ist das ein richtiger Weg? Was, was zu hell ist das hier? Okay. 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 Will ich hier hin? Wo, wo bin ich? Eingedäme. Eingedäme. Würmer. Keine Ahnung, was du für einen Scheiß bestehst. Mama. Ich mag dich nicht. Bye. Besonders nicht, wenn ich dadurch 1000 Dropframes bekomme. Wach, 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 wach. Okay. Ja. Ich merke. Ich muss auf jeden Fall irgendwie gucken, wie wir Discord eingestellt kriegen, sodass mein Spiel nicht zu Tode leckt. Irgendwann. Äh. Will ich da rein? Ich weiß es noch nicht. Boah. Ich muss die Würmer machen, die gerade ein bisschen wahnsinnig. Kann ich euch abschütteln oder so? Ihr seid eklig. Geht. Okay. Ihr seid scheiße. Diese Würmer sind scheiße. Sag ich ja. So ist es. Ich kann ja OBS nicht beenden. Das Spiel leckt denn nämlich nur, wenn ich OBS dabei mitmache. Habe ich Discord gesagt? Wenn ich Discord gesagt habe, tut es mir sehr leid. Ich meine natürlich OBS. Ich weiß nicht, wie ich auf Discord gekommen bin. Ich meinte aber OBS. Das Problem ist halt einfach, OBS frisst sehr viel. Sehr, sehr viel. Das merkt man halt, wenn du in solchen Abschnitten halt übelst. Weil ohne kann ich das Spiel sogar fucking eh einfach unterstehen. Aber kaum ist OBS-Sound, meint man PC-Zone. Ist halt ein bisschen, hm. Doch, Streamlabs OBS. Doch, doch. Genau das. Genau das. Wieso, macht das einen Unterschied? Ich bin ja sogar irgendwann extra von der normalen OBS auf Streammaps umgewetzelt, weil das das Bessere sein sollte im Stream. Weil mit Pech muss ich halt dann doch auf Konsole wetzen. Das ist dann halt so. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, immer wieder... Ja, Hänger und so einen Cut zu haben. Dann hole ich das lieber doch nochmal für Konsole. Da habe ich das zumindest nicht. Weil dann halt der PC nicht doppelt belastet wird. Ich wollte schon entlastet sagen. Bye. Nee. Ich sage ja nur, dass es mir entfohlen wurde. Ich sagte nicht, dass es wirklich besser, besser ist. Außerdem habe ich gesagt, angeblich besser. Ich habe ja nie gesagt, dass es hundertprozentig besser ist. Ein Unterschied. Junger Mann. Ich habe halt das Spiel schon auch komplett runtergestellt. Also, I'm sorry. Mehr kann ich halt auch nicht machen. Das liegt halt wirklich an der OBS in dem Fall. Das ärgert mich ein bisschen. Ja, dann müssen wir halt mal vielleicht wieder die Einstellung angucken. Ich weiß es nicht. Dabei habe ich damals schon per Tutorial und alles das eingestellt. Das hat ja bisher nie Probleme gemacht. Aber ich habe halt die meisten Spiele auch immer als Ding gemacht. Als Konsolenspiel. Deswegen habe ich bisher solche Probleme noch nicht gehabt. Das Vieh hinter mir ist jetzt egal. Weil es mich zum Tode lecken bringt. Deswegen ich nur rehe es jetzt. Bleib hier. Okay. Mach ich alles. Ist egal, welche Uhrzeit ich mich melde. Oder am besten so gegen Abend oder Mittag. Oder... Es wäre ja schon doof, wenn... Ja. Das Spiel immer wieder so kleine Ruckler hat. Das wäre halt echt schade. Nein. Bleib. 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 Geht doch. Immerhin kann man diese behinderten Dinger wieder besser treffen. Nicht so wie im scheiß zweiten Teil, wo die quasi untreffbar gewesen sind. Okay. Ich gucke dann einfach, ob ich dich online sehe. Äh. Warte mal. Bin ich im Kreis gelaufen? Das sieht für mich irgendwie so aus. Äh. Die habe ich jetzt wieder über mir... Okay. Ich bin noch im Kreis gelaufen. Oh. Bye. Bye. Ja. Ich bin doch im Kreis gelaufen. Gut. Nein. Böse. Stop it. Verrecke sowieso jetzt wegen den Wirmern. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Guck. Und schon hängt es wie übel. Meine Fresse. Und das nur wegen diesen behinderten Wirmern. Ich könnte kotzen. Aua. Ich glaube, ich habe gar kein Lagerfeuer. Äh, gar kein Feuer da. So rum. Oh, eine Scherbe habe ich auch. Ja gut. Achso. Achso. Ja gut, ich bin doch im Kreis gelaufen. Okay. Der ging es da hinten gar nicht weiter. Okay. Okay. Einen Schafnäselstein. Ja, kann ich machen. Wie sieht denn der aus? Nö. Einen Schafen habe ich nicht. Ruhig dich enttäuschen. Okay. Ich komme hier gar nicht weiter. Jetzt bin ich verwirrt. Ich muss irgendwo vorbeigelaufen sein. Und ich habe keine Ahnung wo. Wo? Wo zur Hölle soll ich lang? Achso. Ja gut. Das. Das ist, ja. Ich, ja. Das bringt mir irgendwie gar nichts. Boah, kannst du aufhören, so zu lecken? Das mache ich gerade wahnsinnig. Oh, 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 oh. Ja. Warte, lass mich gucken. Warte. Oh, sieht lecker aus. Bin stolz auf dich. Und ein bisschen neidisch. Sieht lecker aus. Lass es dir schmecken. So. Ich habe keine Ahnung wo lang. Achso. Wie wäre es, wenn wir erstmal die Punkte vielleicht ausgeben gehen? Ja, ich weiß. Wir müssen hier in Ruhe gehen. Da war halt kein anderer Weg. Zumindest habe ich keinen anderen gesehen. Ich werde aber noch gucken gehen. Ich muss irgendwo ja einen Weg übersehen haben. Vermutig. Achso, warte mal. Achso, warte mal. Achso, warte mal. Ich nehme eine. Dankeschön. Okay. Der Ansteuer fehlt mir noch einer. Ja, bis dann, Alice. Auch eine gute Nacht dir. Bis zum nächsten Mal. Quinn, kannst du mir einfach sagen, ob ich so einen Weg übersehen habe? Habe ich schon wieder irgendwie eine Abzweigung übersehen? Bin ich schon wieder blind gewesen? Ich muss ja eine Abzweigung übersehen haben. Weil wenn der MPC nur dafür da ist, dass ich zum DSC komme, sind die Türen da ja verschlossen. Die bringen mir also nicht. Naja, klar. Meine Brille ist also wieder Deko, so wie immer. Dann hätten wir das ja schon mal geklärt. Wer das ja schon mal reinigt. Ich habe also schon wieder einen Weg übersehen. Hier ist aber nichts. Hier ist auch nichts. Nö. Nö. Okay. Dann fahren wir wieder durch. Denke ich. Fertig mal unter den nackten Hintern hier vorbei. Nö. Bei euch kann man auch nirgendwo weiter, oder? Nö. Nö. Bye. Okay. Hier geht es auch nicht weiter. Wo zur Hölle habe ich schon wieder einen Weg übersehen? Ja, so ist es im Aro. Die Hintern sind hier halt nur mal nackt. Aber hallo. Willkommen. Habe ich hier unten einen Weg übersehen? Sieht irgendwie nicht so aus. Ich bin wirklich verwirrt. Die Hintern hier machen mir nicht so aus. Wir werden sie aber versuchen zu ignorieren. Spiel. Bitte beruhig dich. Gib mir den gefallen. Nein. Böse. Ich gehe jetzt da lang. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Ja. Das sieht gut aus. Nee. Wart du. Stop it. Hört auf damit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hört auf. Sag mal. Kannst du aufhören? Ihr seid scheiße. Ihr seid wirklich scheiße. Kannst du aufhören scheiße zu sein? Oh. Es ist ein Versuch wert. Okay, Naro. Man kann ja mal nett fragen. Vielleicht lassen die Gegner es eher noch mit sich reden. Besser ist, wenn man sich denkt, ja, die haben einen in Ruhe gelassen, aber man hat auch nie dafür versucht zu fragen. Die hätten ja auch zustimmen können. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Oh Gott, ich bin nicht begeistert. Oh Gott, ich bin nicht begeistert. Oh mein Gott, war das knapp. Oh fucking hell. Wieso kann ich nichts mehr einnehmen, du blöde Kuh? Du bist schuld. Ja. Du Kack-Kuh da oben bist schuld. Blöde Kuh. Mann. Ja, so ist es. Fragen kostet es nicht. Außer mein Leben. So wie jetzt. Ja. Toller Weg. Toller Weg. Toller Weg. Ich werde das Spiel mir doch auf Playstation holen. Mich machen die kleinen Ruckler gerade unfassbar. Unruhig. Nervös. Keine Ahnung. Alles zusammen. Dann muss ich zwar nochmal drei Bosse von vorne machen, aber es nervt mich gerade. Es nervt mich gerade übelst. Es sind zwar nur so kleine immer wieder, aber trotzdem, die nerven mich. Das mag ich nicht. So was nimmt mir schnell die Spiellust. Ehrlich gesagt. Ruckler. Ich hasse Ruckler. Ja, eben. Nur um das in die Strichen leveln ist es halt ein bisschen schade. Aber ich kann mir diese Ruckler nicht das ganze Spiel lang geben. Das mache ich nicht. Ich habe mir Dark Souls 2 schon mit Einschränkung gegeben. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Dann spiele ich Dark Souls 3 auf dem PC lieber mal privat mit dir zum Beispiel, wenn wir das mal zusammenspielen können. Aber halt nicht mehr für uns zu spielen. Das macht mich dann so aggressiv. Aua. Wieso zur Hölle? Wieso zur Hölle? Ja. Was ist denn heute für ein Tag? Heute ist Dienstag, oder? Ist das scheiße? Oh Gott, ey. Ich bin mir gerade nicht sicher, welcher Tag hatte ich. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Fuck you. Ich will nur das Item da haben. Mir egal, was es ist. Ich will es haben. Was könnte mein Tod werden? Ich renne einfach. Wohin? Ich habe keine Ahnung. In meinen Tod. Ja, sage ich ja. In meinen Tod. Das ist... Oh, das ist doch nett. Also, ich soll mich jetzt auch demnächst informieren. Ich habe am 16. nochmal einen Termin bei meinem Arzt. Und dann soll ich mich auch informieren, wann ich an der Reihe bin. Weil ich jetzt so die etwas gefährdeterin gehöre. Äh, apropos. Willen kannst du mal bitte... Ich glaube, drei Tode waren das jetzt. Draufzählen? Die haben jetzt komplett vergessen, glaube ich. Damit Mika noch irgendwo weiteressen kann. Muss ich denn nach den Gebieten noch weitere Gebiete erwarten, die proglamäßig auch so schlimm sein könnten? Oder eher nicht? Bei irgendjemand... War das Forti? Ich glaube, Forti war das. Ich habe gemein gehabt, dass es nicht so viele Gebiete gibt, die so schlimm wären. Aber eins oder zwei könnten mir etwas Probleme machen, weil es ja schon erste Anzeichen im ersten Gebiet so ein bisschen gab. Oh, fuck. Ich wäre nicht fast runtergefallen. Nein, nein. M-m. Hier geht's gut. 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 Ich werde mich leben. Ich werde mich leben. Ich werde mich leben. Oh mein Gott. Wie viele sind hier von euch. Chillt. Oh oh. Das war meine eigene Verantwortung. Halt auf mich mit diesem Zeug zu führen. Keine Ahnung. Dann renn ich halt euch vor euch weg. Ist mir auch egal. Oh Gott. Ich bin schon in meinen nächsten Turz direkt. Okay. Ja, ja. Das dachte ich mir schon.